In State of Decade 2 geht es zwar viel um den Basenaufbau, aber natürlich auch um das Erkunden der Welt draußen. Was brauche ich denn eigentlich und wie komme ich an die Gegenstände für so eine Erkundungstour? All das erfahrt ihr hier in ein paar Einsteigertipps. Ich bin der Dirk und ihr seid bei Nerdstar. Vorbereitung ist alles. Plant eure Route und was ihr erreichen wollt. Bevor ihr eure Basis für einen Ausgang verlasst, solltet ihr euch entsprechend ausrüsten. Packt euch etwas zur Erholung eine solide Nahkampfwaffe und eine Schusswaffe ein. Keine Sorge, Waffen außer Sprengsätze und Medikamente besitzen ihre eigenen Slots und nehmen keinen Platz im Rucksack ein. Am besten besitzt ihr schon einen Schalldämpfer dafür, da ihr sonst viel Lärm macht und die Zombies anlockt. Solltet ihr mit dem Ziel unterwegs sein, dass ihr Seuchenherzen vernichten möchtet, solltet ihr zusätzlich etwas Explosives wie Dosenbomben mitnehmen, damit ihr die Herzen effektiv zerstören könnt. Habt ihr euch entsprechend ausgerüstet, schnappt euch einen Begleiter für eure Erkundungstour. Einerseits seid ihr dann zu zweitsicherer gegen Angriffe und andererseits könnt ihr doppelt so viele Gegenstände einsammeln. Ihr startet mit einem Rucksack mit gerade einmal sechs Slots und könnt die Tasche leider auch nur um ein paar Slots erweitern. Damit ihr euch noch mehr Gegenstände einpacken könnt, ist es daher ratsam, einen Wagen für die Reise zu nehmen. Ihr könnt ganze sechs Packsäcke im Kofferraum platzieren, bei größeren Fahrzeugen sogar mehr. Ein weiterer Vorteil des Wagens ist, dass ihr vor Angriffen geschützt seid. Aussichtsplattformen solltet ihr auf dem Weg immer nutzen, um euch eine Übersicht über die Umgebung zu machen. Die gesichteten Gebäude und Orte werden euch dann dauerhaft auf eurer Karte angezeigt. Nutzt außerdem Schließfächer, dann müsst ihr zum Platzieren von Gegenständen nicht immer zur Basis zurücklaufen. Beachtet ihr diese Tipps, so könnt ihr effektiv mehr Gegenstände sammeln und euer Lager weiter ausbauen. Ich wünsche euch dann mal viel Erfolg beim Überleben in State of Decade 2. Ich gehe mir so lange den guten David Hasselhoff mit True Survivor anhören. Auch ganz gute Untermalung und weniger gefährlich. Wobei, Ohren und so. Wir sehen uns im nächsten Video, es gibt hier noch mehr zu State of Decade 2. Bis dahin, macht's gut und tschüss. von friends. Von